Sehr schön, nicht? Oh, hier ist eine Riesenspinne. Ja. Zwei Stück. Okay, da unten. Ah, ich sehe es, ich sehe es. Oh, danke, Fanny. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Äußern, ich habe aus Versehen beide Tränke getrunken. Natürlich habe ich aus Versehen beide Tränke getrunken. Und warum... Nein, 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 nein. Und nein, die Tankwirkung wird aufgehoben, wenn du aus Versehen was anderes noch dazu isst. Jetzt renn, 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 renn. Oh, Gott. Oh, Gott. Raus, hier, raus, raus, raus. Oh, Gott sei Dank. Ich bin den ZZ. Ah, jetzt sehe ich den dieser. Ja, sicher? Ja, also du bist bei mir fast tot. Das ist korrekt. Aber ich habe überlebt. Also fast tot hört sich... Ah, Jockel ruft dich. Ja, jetzt sehe ich dich. Ich bin gerade hochgekommen wieder. Hallo. Hallo, du da. Ich glaube, da hat jemand ein Speer auf mich geworfen. Nein, das war der auf die Statue. Weil da drüben ist schönes Mut, was ich sehr gerne haben möchte. Das sieht doch witzig aus, wenn du den anderen verfolgst. Du hättest auch da einfach rüberhüpfen können übrigens, nur so. Ich wollte das hier unten haben. Ach so, das sind Sperre, weitere. Und... Schuss. Sollten wir uns eigentlich nächste Woche mal das ansehen Das neue, was die Ah ne, müssen wir eigentlich nicht Wir sollten was anderes lieber spielen Sag doch einfach Nein, ich will jetzt nichts mehr sagen Boah, jetzt hast du aber die Neugier schon geweckt Du bist voll gemein und so Voll fies und so Ja, dieses Multiplayer mit 40.000 Spielern Und schieß mich tot Ah, ich weiß was du meinst Atlas? Heißt das Atlas? Ich weiß es nicht Das einzige, was mich daran interessiert Ist, dass es halt Dass es halt so ein bisschen Für dich Piratenflair hat Und das finde ich immer ganz nett Aber ich glaube, es wird eine ganz schöne Bugorgie werden Das auf jeden Fall Und wo wir gerade noch Bei guten Nachrichten sind Weil es wird ne Woche verschoben Nämlich auf nächste Woche Und ich muss sagen, ne Woche ist nichts Äh, aber egal Ähm Metro wurde dafür ne Woche Vorgezogen Das hab ich schon gesehen Das ist geil Das ist mal was besonderes Ja, aber es ist auch ein Gag irgendwo Weil Warum Also Mal so unter Ehrlichen Menschen Warum sollte man ein Spiel vorziehen? Als wenn die jetzt schon wissen Ah, wir sind ne Woche Feuer fertig Im Prinzip Ich finde das ist vollkommen legitim Ja, natürlich das ist legitim Aber es wird keine Also es hat keine Sache Mit dem Fortschritt Des Spiels aktuell zu tun Weil es sind Es sind sieben Tage Das macht keinen Sinn Ach schön Hier ist ein Reisepunkt So, was haben wir denn Zu flogieren müssen wir irgendwann zurückkehren Jockel hat da vorne Und Silaren Für Silaren Sagen wir Riax Kralle finden Hier unten Das kriegen wir doch hin Also ich denke mal Es wird hier unten sein Also was jetzt zuerst? Äh, Riax Kralle Aber das ist noch nicht hier unten Aber hier ist Loot Einfach so Mächtiger Loot Ne, nur Moos Ah ne, doch da Na was ist das jetzt? Hier ist noch mehr Loot Wurzel Hä? Was denn? Wo bist du? Wo bist du? Also ich sehe noch dein Deine Einblendung Ja, ich sehe das auch Ja, ich bin hier runtergegangen Bist du da Bist du jetzt unten am Strand oder wie? Nein, ich bin Einfach hier Ach, du bist jetzt Klei an diesem Gerüst runter Das ist korrekt Guck doch, wo ich bin Genau, Hund Leg dich wieder hin Ach, der Hund ist unruhig Der Hund muss mehr geknuddelt werden Der will gar nicht geknuddelt werden Er will einfach nur Die Welt auffressen Ja Wenn er kann Ja Aus dem Nichts Voll abgesnackt Voll abgesnackt ey Was ist los Äh, ich wollte dir eigentlich beim Klettern hier helfen Ja, ich wollte erstmal looten Vielen Dank Und wieder Moos Oh, hi Wer bist du denn Oh, hier ist was Quest-mäßiges Das ist die Kralle Sehr schön Als Nächste ist Jocke Suche nach Boll in den Ruinen Oberhalb der Flüstern Au Hast du einen abgekriegt? Ja Hat dir das gefallen? Nein Habe ich gerade einen abgekriegt? Ja Das gefällt mir aber nicht Das ist mein Trinken Äh, das ist mein Essen Äh Ist mir alles egal Was die da vorne machen Haben die irgendwelche Probleme? Die machen halt Ähm Aua Zielübung Heyo Komm her Nicht wegrennen Warum rennst du? Oh Hi Ich überlege gerade Wo du überhaupt bist wieder Ich bin hier hochgegangen Die Treppe Genau, jetzt geht der hochklettern Ich fass es nicht Redest du mit mir Oder mit dem anderen? Ja, mit dir Naja, es ist ja für keinen Viele Wege Ich dachte, das wäre eine gute Idee Hier hochzuklettern Ich denke, das ist auch eine gute Idee Hier ist zum Beispiel Eine mittlere Von diesem Zeug Menge Okay Komm ich doch nochmal zurück Ah, fast gestorben Aber nur fast Aber nur fast Ja Da oben ist ja noch was Da komme ich jetzt gerade nicht hoch Oh, das bist ja du Ja, das bin ich Oh, ich bin tot Bzw. was ich hocke hier Weil Der hat mich mit dem Speer getroffen Mit dem Explosiven Und davon bin ich gestorben Okay Wo hockst du denn genau Du hockst wahrscheinlich Auf der anderen Seite Ich hocke genau Auf der anderen Seite, ja Okay, weil ich bin nämlich Rübergesprungen Ja, warum auch immer Weil hier liegt doch noch Loot Boah, jetzt bin ich runtergefallen Ja, ich bin rübergesprungen Weil die anderen mir Auf den Keks gegangen sind Soll ich jetzt hier warten? Ja, warte doch kurz Es sei denn, du hast Zeitdruck Ja, bist du doch Tag, wer bist du denn? Wäre jetzt so schön gewesen Wenn du auch gestorben wärst Ja, danke für dein Mitgefühl Ich meine ja nur Ich hätte es total schön gefunden Wenn wir das beide Ohne Person überleben Gab's drüben irgendwas zum Looten? Ja Aber ich hab selber Da noch nicht alles gelootet Weil du ja dann gemeint hast Boah, ich hab ne Schwäche anfang Ich muss mich kurz mal hinsetzen Geschmiedete Klage Irgendwas Geschmiedete Klage? Was? Was? Das Leben einer Horcherin ist Nicht friedlich Vor allem das Ding macht Oh Macht schon standardmäßig Mehr Schaden Als jetzt die Axt Ja, ich seh's Aber macht halt kein Crit Ja Aber es ist halt Auf der ersten Stufe schon Das ist nice Hm Ich glaub mit der Axt Bist du grad eh erstmal Schneller unterwegs So Dann haben wir ja alle Klarheiten Beseitig Da können wir ja den regulären Weg gehen Hab ich nichts gegen Können wir machen Ja komm doch runter Danke Au Au Bist du auf einmal hin Äh Ich bin neben dir Ich klette halt nur da hoch Wo man die Angreifen kann Und wo der Loot ist Hier ist überall Loot Na Komm Schlag zu Ein knackender Speer Gott ist das Entfestungsareal Ey Die Axt ist einfach schneller Ey Das können die mir nicht erzählen Hier Ja genau Hau mich runter Du Depp Oh Hi Äh Ich bin grad Dezent verhindert Ja du bist irgendwo Ja du bist auch irgendwo Ne ich bin bei dir Hä Wo kommst du denn her Aus Schlumpfhausen Was ist los Wann verfolgst du mich Da geht's nicht lang Ja ist egal Da geht's hoch Wird schon wieder klettern Äh Ich bin Hier Ey Wie wird dich sowas geschmissen Was waren Okay Der Speer ist explodiert Der tötet dich Mit einem Treffer Angriff der Nachtsichtigen Ich muss mir kurz mal die Rüstung angucken Ausdauerregelung hat es noch minus 15% Und die Ausdauerkosten sind erhöht Schadensreduktion etwas höher Aber es sieht cooler aus Ist egal Direkt anziehen Und du hast ein geiles Cape Na gut Du hast mich ja überzeugt Und hier ist das Ding Bisschenweise hier ist die Tose Für den Für den Jockel Smell the blood Taste it Another sacrifice To Malik Kohl's curse I searched for the umbral veil But it was not here And the closet darkness Took my life It was our ancestor Malik Kohl Who began this legacy Of pain and undeath It was his duty To But something went wrong Malik never returned to us With the relic Proud Lothirus Fell into ruin The umbral veil was lost And one by one We fell to the curse You must find Our lost ancestor Malik Kohl Search the edge Of the palace Where it collapsed Much has fallen Into the ash and water But his wraith Lingers there Ja Alle auf den Geist Sehr schön Oh wir haben eigentlich noch In den Hallen Von Klifa Archivtafeln suchen Für Amara In den Hallen? Ja es ist ein Stück zurück Aber wir gehen jetzt erstmal weiter Also ich würde jetzt erstmal weiter gehen Weil Gucken ob wir nicht hier irgendwo Einen Reisestein haben Aua Alter Der gibt mir richtig Der große Nein Okay Er ist noch mehr Pokémon Oh 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 Wer ist den Weg weitergegangen? Den Weg hoch? Nö, den Weg weg. Okay. Du bist anscheinend den Weg hoch, weil wir da schon waren. Ich bin den Weg gerade runtergerutscht. Wo bist du? Au. Ich bin hinüber. Ja, hab ich gemerkt. Oh, schön. Jetzt fällt mir das gerade auf, dass deine Geweihmaske ja wächst. Und daran kannst du erkennen, wie viel Schaden du... ...halten kannst. Beziehungsweise aushalten kannst. Jetzt muss ich leider aber in die Festung nochmal rein. Ach, du Scheiße. Wo kommt der denn plötzlich her? Ich bin schon wieder tot. Läuft bei dir. Uh-huh. Hmm. Hmm. Ach. Keine Sorge, ich bin noch nicht viel weiter gelaufen. Nur ein bisschen weiter. Okay. Gut. Schiebung. So, was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Auch nix. Ich hab mir nur die Beine verletzt. Hast du ein Pfeil ins Knie bekommen? Nein, ich bin einfach nur gesprungen. Bist ein Mongo? Ich bin kein Mongo. Sei nicht so gemein. Und ich glaube, nach hier rechts kann man die Abkürzung nehmen. Ich muss mich jetzt mal durch die Festung wieder schnetzeln hier. Ja. Ob du in den Objekten festhängst? Nö. Alles gut hier. Äh, jetzt? Was ist jetzt los? Ähm, hallo? Hallo? Jetzt, äh, jetzt hink ich gerade wirklich fest. Geh doch einfach sterben, du Mongo. Kann ja nicht sein, dass das nicht... ...nicht richtig ist. Alter! Ob's dir gut geht? Nein, grad nicht. Ich spüre... ...gewissen Salzgehalt schreiten. Ach, da. Oh, ich wünsche dir einen zweiten Spieler, der mir hilft, hier hochzukommen. Hm. Du bist ja vermuten... Wo bist du denn jetzt genau? Fragen wir's doch mal so. Nicht viel weiter entfernt als vorher. Schön. Nicht viel weiter entfernt als vorher. Das ist die präziseste Angabe, die ich je von dir bekommen hab. Ich danke dir. Ja. 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 Dafür muss der Kerl jetzt erst mal leiden. Ja. Ja, ich hab den Reisepunkt erreicht. Haha. Und zwar, indem ich einfach durchgerannt bin. Einfach durchgerannt. Okay, praktisch bist du ins nächste Gebiet. Oh Gott. Das wird mir Spaß. Nein. Alter, jetzt bin ich gestorben. Weil das einfach totaler Abfuck ist hier. Was hat der für ein Problem mit seinem Hals? Das hat mich irritiert. Der hat so einen komischen Knick im Hals. Ja. Renn, renn, renn jetzt. Renn jetzt bloß weg. Alter. Ich will nur die scheiß Seelen holen und hab das Schild für den ersten Pfeil zum Blocken genommen. Sofort komplette Ausdauer weg und du hast keine Chance mehr auszuweichen. Ja, genau. Weil die Penner 8000 Pfeile nachschmeißen. Halt. Das Level steigt. Ja. Bis zum Reisepunkt möchte ich auch wenigstens kommen, aber da komme ich nicht durch, ohne mich durch die komplette Festung zu schnetzeln. Ja, das ist das, ja. Ja. Okay. Also versuchen wir das nochmal ganz in Ruhe. Total friedlich. Was soll... Wo kommst du denn jetzt her? Alter! Nein! Nichts. So. Das Problem haben wir jetzt gelöst. Bitches. Du wirst mich nicht rastieren. Gut. Wo ist ein Barra-Tor, um einen aufzuheben? Wenn man ihn braucht. Boah. Ich... Alter. So. Gut. Nächstes erledigt. Sprich rund. Jetzt klettern die dreckigen Leiter hoch. Klettern die Leiter hoch jetzt. Alter! Warum explodiert er denn jetzt sofort? Ich bin vor allem ausgewichen. Ohne Scheiß. Ich bin wirklich ausgewichen. Ich war außerhalb der Explosionsreichweite. Und kriege trotzdem den scheiß Schaden. Das fuckt so ab, ey. Ja. Hau mir deinen... Jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich die Faxen dicke. Ich habe natürlich keine Ausdauer mehr. Wie geil ist das denn? Geht weg. Hier hoch. Hoch jetzt. Hoch. Gute. Ähm. Entschuldigung. Okay. Ich bin jetzt mal weiter als vorher. Alter. Schön. Komm jetzt. Hoch da. Alter Baum. Nett doch noch die... Faschissene... Huren. Du musst ruhig sein. Sonst, äh... Er steht vor der Leiter. Nö, ich springe. Ich springe. Denk mal an deinen Blutdruck. Mir geht's gut. Mir geht's dir. Mir geht's auch gut. Komm, haben die Leute wenigstens was zu lachen. Aber ich muss... Ich muss in die Stadt. Ja. Bringt mir nicht, in die Stadt zu gehen. Ich habe alles verloren. Ja, ich habe auch alles verloren. Irgendwie 21.000, weil ich hier voll nochmal kurz gucken wollte. Also, bis zum... So. Hi. Okay. Ich gehe jetzt mit den Leuten hier. Vielleicht sollten wir auch einen Break machen. Dann bist du trotzdem weiter jetzt als ich. Ich habe den Punkt ja nicht. Das ist korrekt. Siehst du? Wie schlecht bin ich eigentlich? Ja, aber erst mal rede ich mit den Leuten. Dann können wir einen Break machen. Deshalb kannst du noch versuchen, da durchzukommen. Dann habe ich wirklich noch ein bisschen Hintergrundunterhaltung. Ich bin mir selbst auf, dass ich immer ein Mensch, der immer was erbt. Oh, vielleicht ein wind-powered Mushroom-Picker. Das ist erledigt. Ich habe hier vieles Mouths, die hier zu füllen. Es scheint, dass du dich in ein paar ziemlich dunklen Plänen findest. Also, ich denke, die neue Lampagne ist in Ordnung. Ich habe eine Liste von Komponenten für dich geschrieben. Es ist auf meinem Arbeitsplatz. Vielleicht schau dir mal. Ach, ah, der Typ hier übrigens, du kannst jetzt mittlere Beutel handeln, wenn du die Werkzeuge zurückbringst, falls du das noch nicht gemacht hast. Nein, ich versuche ja immer noch da durchzukommen. Witzig, ich habe durchrennen jetzt hier. Jetzt rennen. Ähm, was wollte ich dazu sagen? Ach, keine Ahnung mehr. Jedenfalls, du kannst deine Laterne wohl upgraden. Oh, jetzt rennen, rennen! Oh, jetzt rennen, rennen! Renn! Oh, wo ist der? Wo ist der? Da ist er! Ich habe ihn! Wir sind an den Speeren vorbei. Oh, Alter! Hast den Reisestein jetzt also. Ja, ich habe ihn. Jetzt gehe ich noch in die Stadt mit dir zurück. Okay, komm. Oh, was war das denn? Das hat bestimmt 40.000 Seelen gekostet. Oh, jetzt kann man endlich Bohnen-Fraß kaufen. Oh, Mann, ey. Ich bin doch langsam müde. Das ist ja gleich entsprechende Uhrzeit. Das ist ja gleich entsprechende Uhrzeit. Aber ist sogar schon durch. Er ist ja schon fast fünf Stunden dran. Ja. Ja, wir sind, äh, ich glaube, das ist schon der vorletzte Abschnitt dann, wo wir drin sind. So, Jockel. Ach, da ist seine Werkbank. Ja, warum sollte man die auch vernünftig irgendwo hinstellen? Wenn man die direkt oberhalb eines Wasserfalls bauen kann. Horcherlaterne, Upgrade, Aschalum. Ich habe keine Ahnung, was er mir sagen will damit. Horcher wurden in der Dunkelheit geboren und haben äußerst empfindliche Augen. Um diese Laterne ist leicht zu sehen und kann schnell gelöscht werden. Und Laterne verschluckt die Finsternis. Ist die Laterne jetzt heller? Bevor ich jetzt lange suche, hast du die Laterne geupgradet? Wo der gerade sitzt, äh, links lang. Oder hinter ihm eigentlich. Ah, da ist die Kanon-Folk. Hörst du in der Dunkelheit. Wollt ihr die Lieben von Cisna. Aber sie ist eine sensibliche Frau, Eddard. Lyra hat nur noch geholfen, das ist alles. Sie wäre hier jetzt, wenn es nicht für diesen schadeführenden König. Gut, also ich hab, hätte dann alles. So, Jockels Reise. Obwohl. Ah, doch. Ich glaub, zwei Gebiete sind noch. Jetzt nach der Irrschlucht. Oder es ist, das letzte Gebiet ist relativ groß. Das kann natürlich auch sein. Eins. Zwei. Nur das letzte Gebiet ist ziemlich groß. Kann sein. Also, kann auch andere Gründe haben, warum das so groß ist. Du bist jetzt schon ein bisschen ordentlich beschäftigt in den Gebieten. Ich mein, wir haben ja... Nicht alles gefunden, wahrscheinlich. Das kommt ja noch dazu. Wie lang waren wir jetzt in dem Gebiet hier? Bestimmt acht Stunden. Also, du meinst, wie lange wir bis jetzt gespielt haben? Nee, das Gebiet jetzt hier selber. Das, wo wir jetzt praktisch heute hauptsächlich gequestet haben. Gefarmt haben und gestorben sind. Ähm, ja. Ein bisschen. Axt der Vergessenen. Alles zu teuer, kann ich alles nicht leisten. Und das Klage-Ding will ich eigentlich auch nicht upgraden. Aber ich nehme lieber den Ramolier-Doppel... Also, Hammer. Weil der hat wenigstens einen hohen Schocker-Wert. Da wird man wenigstens sofort wieder zurückgeschlagen. Mit dem Klage-Ding will ich nicht kämpfen, weil... Das hat zwar einen hohen Grundschaden, aber... Das schlägt mir zu langsam. Der holt so viel... Also, so stark aus mit dem Morgenstern. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, übrigens. Ich auch nicht. Ich weiß, was du gerade gelesen hast. Erüblich die Chance, bla bla bla... Das und das eins zu bekommen. Ja. Keine Ahnung. Äh... Starts. Ich muss meine Ruhe nochmal umstellen hier. Prost. Verursacht Schadenbodus, wenn dein Begleiter stirbt, bis du an einem Ritualstein zur Ruhe kommst. Okay. Okay. 15.000. Ich glaube, jetzt könnte ich noch einmal die Flasche upgraden. Ah ne, sind 22.000. Was kann ich mit 15.000 noch machen? Ich kann die Stärke der Flasche noch upgraden. Ich mache noch ein paar Speere. Ah, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Ah, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Und jetzt erhöhe ich noch den Wert des... Wert der Flasche, wie viel HP die heilt. Und übrigens, Shad, ich versuche nicht jeder Frau unterm Rock zu schauen. Sie muss mir schon gefallen. So, das kostet... 6.000. Wie das hier wohl aussieht, wenn es fertig ist. Groß. Ach, ich sehe lieber die... Die Sachen in dem mittleren Skoria-Sack. Mit 7.000 will ich jetzt auch nicht losgehen. Stimmt, die kann ich eigentlich auch mal wieder heilen. Mit die Truhe legen. Ach so, krass. Das ist mir aber gar nicht aufgefallen, dass die Halle jetzt schon so weit aufgebaut war. Ja, das ist doch richtig gemütlich hier. Ich dachte eigentlich, das wird so eine Art Durchgang und keine Halle. Moment, die Halle führt in mein Haus rein. Was soll das? Ich will nicht die ganze Nacht wach liegen, nur weil ihr hier Party macht. Vielleicht wird es dann die Halle, die wir aus dem Screenshot gesehen haben. Kann sein. Wo ist der Baumeister? Ich will ihn... ...fehlen. Der ist auf dem Berliner Flughafen. Ach, dann wird der noch fertig. Gut, dann locke ich hier schon mal aus. Ja. Und hier machen wir dann einen Break.